Willkommen bei Gaia Models. Ich bin Justine und ich zeige euch heute, was euch in meinen Coachings und in meinen Workshops erwartet. Let's go! Ich habe die Modelschule Gaia Models gegründet, um euch bestmöglich auf eurem Weg als Model zu helfen und gemeinsam mit meinem professionellen Team helfen wir euch, das Bestmögliche aus euch herauszuholen. Bei meinen Coachings und Model Workshops erwartet euch Yoga-Unterricht, ein professionelles Fotoshooting, ein Theorie- und Praxisteil, wo ihr lernt, wie ihr euer Social Media als Model nutzt, ein dynamisches Posing-Training und viele weitere Tipps. Fragen wir doch mal meine Models, wie es ihnen heute gefallen hat. Hi, ich bin Myriel. Heute hat mir das Polar-Shooting am besten gefallen. Es hat richtig viel Spaß gemacht, vor der Kamera zu stehen. Hi, ich bin Michelle und mir hat heute das Model-Posing am meisten Spaß gemacht, weil ich einfach aus mir rauskommen konnte und ich kann das Model-Coaching nur empfehlen, gerade auch für Anfängerinnen, weil man einfach die Grundlagen lernt und vieles mehr. Hi, mein Name ist Saskia. Ich war heute bei dem Workshop von Justine. Mir hat am besten der Yoga-Teil gefallen, weil wir uns sehr gut aufwärmen und nochmal beruhigen konnten, bevor es dann endlich losging. Und der Theorie-Teil hat mir auch sehr gut gefallen, weil dort alle meine Fragen beantwortet wurden. Mein Team und ich freuen uns, dich auf deinen Weg als Model zu begleiten und dich bestmöglich zu unterstützen.